Anne, und wer seid ihr? Ihr tut mir nichts. Vollkommen verängstigt. Und ich glaube, das ist da von dir. Deutet auf den Boden, auf zu seinen Blutspuren. Schaut auf den Boden. Oh, ja. Warum soll ich dir was tun? Seufzt es bei Luris Horn. Ich habe dir dein Leben gerettet. Oder so. Ah. Ja, scheint noch nicht so ganz geistig beisammen zu sein. Das erhebt Sinn. Ist ja nie jemand anderes in der... zu sehen. Sie sieht sich um. Ich habe es schon fast gemerkt, wie du rüber wolltest. Worüber? Sieht verwirrt aus. Betastet, äh, die Wunder an seinem Rücken. Den Löffel. Ich habe noch gar keinen Löffel. Elf braucht sowas ja nicht, ein Waldelf. Der isst ja mit den Fingern. Das Gesicht sieht mir ein bisschen nach so Anime irgendwie aus. So, damit kennen wir also einen weiteren Charakter von dir. Und ein weiteres Feature. Legt den Kopf etwas schief, als sie ihn nachdenklich betrachtet. Ein für einen Elfen relativ großgewachsener, definitiver Waldelf. Auf dem Bogen festklammert. Auf dem Rücken zwischen den diversen Kreise... Zwischen dem... Neben dem Kreisebeutel ein... Uh, ihr Nasen. Ich meine, du wärst beinahe gestorben. Deine Seele wäre hinübergeschwebt. Die Welt der Geister. Ach, okay. Äh, ein für einen Elfen relativ großgewachsener, definitiver... Definitiv ein... Ach, egal. Ich würde es schon lesen können. Im Reisebeutel ein Speer gepackt. Weißes Haar und grüne... Ich grüne Augen. Ja, ich ziehe mir jetzt einfach grüne Augen. Ähm... Die Kleider... schon sehr... äh... gewetzt. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ging schnell. Ich... habe mich... so sehr... nach einem Wald gesehnt. Äh... Also habe... Ich mir... Also habe ich mich alleine... nach Color... Neff getraut. Sieht etwas... belämmert... rein. Der Wald... Äh... Ich... hätte... wohl doch... auf... auf... jemanden... der sich hier besser... auskennt... warten sollen. Ich habe... der ist das... der ist das... das... ich wurde... in der Nähe... von... einigen... selten... oder wie ihr... Menschen das nennt... von... solzern... Wesen... angegriffen. Talia Laferra... mit dir... hatten wir doch schon Bekanntschaft. Wer kommt da denn? um... Sie zu... Greif... Wind... geht... ach... Schritte... von ihm weg... nach Verbot... ein Schicht der Stealth-Modus... Glück, dass du es noch... zurückgeschafft hast... ich... kann mich da... kaum daran... erinnern... wie ich das... geschafft habe... als... diese Wesen mich... angriffen... sieht... weiter... misstrauisch... zu... greifen... ah... Talia... gut... diese Wesen mich angriffen... sieht weiter... misstrauisch... zu greifen... bin ich... sofort... geflohen... aber... etwas... hat... mich... in den... rücken... getroffen... ich... blieb liegen... danach... erinnere... ich mich... nichts mehr... er... sieht... etwas... erfreut... seine... Miene... er hält sich... etwas... als er... äh... Tal... er... erblickt... jetzt wird es lustig, das vorzulesen... Er runzelt, äh, greift windfunktuell. Er runzelt kurz die Stirn, ob es zurückweichen. Setzt seinen Weg aber scheinbar ungerührt vor. Ähm... Anne-Marie Himm, ja, im Wald gibt es mehr als nur harmlose Tiere. Talia Lafare, Alea! Und hallo, lächelt sie allen zu. Alea. Ich bin heute wieder schlecht vorbereitet. Ich hab mein Wörterbuch vergessen. Offensichtlich habe ich das Lager den Ort gefunden, vor dem ihr mich gewarnt habt. Zutra... Alia. Auf dem Boden vor ihren Füßen zeigen sich noch deutlich Blutspuren. Anscheinend hatte noch jemand sich Mühe gegeben, alles... ...ordentlich einzusehen. Äh, die Blutspuren... ...führen zum Wald. Und die Knie von Garutrim sind... ...immer noch etwas am... ...zittern. Ich muss halt einen Moment länger Garutrim. Wir haben uns hier eine Weile nicht gesehen. Hm, was ist denn passiert? Äh... Ich wollte in den Wald. Ich habe den Wald zu sehr... ...vermisst. ...und wollte... ...wieder... ...schrate die mich an. Die sind wie Schaben, nur größer und noch hässlicher. Hat man sie einmal, wird man sie nie wieder losen. Ich wollte wieder... ...äh... ...das Flüstern der Bäume hören. Äh... ...äh... ...haare im... ...mund... ...das ist... ... immer ungesund. Äh... Manchmal sind lange Haare echt nervig. ... ... ... ...offen... ...sch... ...scheinbar... ...hat mich aber etwas... ...anderes gehört. Ich glaube, es waren tatsächlich Schrate. Schrate, das könnte gut sein. Ich habe, äh, es ging nur so schnell. Talia Laferra, äh, Talia, das läuft leise. Ein wenig nur lässt sich in einem so schönen Wald, aber zum Glück sind es noch viele andere Ecken in der Kalaneth. Aber dir geht es soweit gut, Giga Rhythm, jetzt ja. Aber beinahe hätte ich wohl die ewigen Wälder gesehen. Puh. Schon lange her, dass ich hier gespielt habe, schon über einen Monat, glaube ich. Ich, ich habe einfach nicht die Zeit dazu, das ist ein bisschen doof im Moment. Ich hoffe, es wird bald wieder besser. Hab ich noch ein wenig geheilt. Ähm. So, danke. Zu, Anne-Marie. Will da. Hey. Total. Ja. Was, äh, führt euch hierher? Hallo, Konsole. Ja. Sagen, Anne-Marie, es sagt immer alle, die Elfen werden so viel bedachter. Warum sind wir dann diejenigen, die euch immer die Sumpfwürmer rausziehen müssen und so glücksbelüstigt? Ich hatte noch keine Sumpfwürmer. Ja. Ja. Ah, du wärst nicht der Erste. Sieht sie seltsam an? Sieht, äh, Anna seltsam an. Ich glaube, sie hat mich noch gar nicht nach meinem Namen gefragt. Ja, das muss ich machen. Und beim Elf fällt sowas sonst nicht ein. So schnell. Schau, wie viele Pfeiler haben wir denn eigentlich noch? Ich hab mal vorhin etwas auf Hasenjagd. Diese Rehejagd, 58. Sie wird gut gelaunt, man visiert sich anscheinend prächtig. Sieht sie noch mehr Verwunderte an? Nein, sieht sie noch Verwunderte an. Nein, Deutsch verabschiedet sich, glaube ich, immer mehr. Sollte er elfisch lernen. Ja. Gut. Schaut sich noch mal zu dem Wald um. Talia, ein Bruder von uns hat sich Würmer eingehandelt, als er mit den Untoten kämpfte. Sieht nicht, äh, sehr erfreut. Über Tag. Erklärung aus. Was kann man eigentlich gegen diese Untoten machen? Ich hätte gerne wieder einen Wald über dem Boden unter meinen Füßen. Talia, aber nun, aber das ist nun ausgestanden. Annemarie, Feuer am besten, so viel wie es geht. Feuer? Feuer?